Kretze? Hey, Kretze! Ach, wo steckt diese dumme, fette Ratte nur wieder? Hermine und Harry werden mit Sicherheit begeistert sein, dass ich wieder überall zu spät sein werde, weil Kretze macht, was er will. Oh Mann, ey. Da bist du ja. Komm her, du... Super. Wegen dir kommen wir noch viel zu spät. Zum Glück haben Fred und George Dads Wagen, um uns nach Dortmund zu bringen. Also, okay. Habe ich jetzt alles? Zauberstab mit Klebeband und etwas... Ist das noch Trollrotze von damals? Okay. Geld, Tickets, Pullover, ein Erinnermich. Ein Erinnermich? Wofür hat Mom mir das nochmal eingepackt? Meine deutsche Synchronstimme. Voll krass. Den müssen wir ja auch noch abholen. Festhalten, Kretze? Es geht los. Und während wir unterwegs sind, könnt ihr ja schon mal raten, wer das sein könnte. Bis nachher. Wir hören uns heute Abend. Euer Ron. Das war's im Wsehen. Untertitelung des ZDF, 2020